Oh Gott sei Dank test 1-2-3 ist wieder da Aldemar HD Toll Hey Leute hier ist der Aldemar mit Fallout 4 weiter geht's und zwar wollte ich in die Fabrik gehen ich weiß nicht wo mein kleiner Helfer ist ich denke mal der wird teleportieren sobald wir da reingehen ich sag' euch mal gerade wo wir sind für die Ist nicht wissen wir sind da ziemlich weit oben ich habe das hier erkundet, das da erkundet, hier ein bisschen erkundet Eine Meierloch-Königin getötet. Na gut, sie ist einfach geplatzt. Dann war sie tot. Ich weiß nicht warum. Okay, keine... Okay, hier müssten Supermutanten sein, glaube ich. Obwohl das eher nach Raider aussieht. Oh. Okay, dann sieht es vielleicht nach Gunnern aus. Das könnte ein Gunner sein. Weil, wer tötet denn so präzise? Da ist er! Er ist wieder da. Kleiner Fettsack. Test 1, 2, 3 ist wieder da. Makra-Fischverpackung. Ach, hier sollte ich doch mal hingehen, oder? Oder ist noch einer? Tot. Frisch tot. So. So, hier sind Kronkorkminen, muss ich mir mal merken. Mysteriöser Fremder taucht jetzt öfter mal auf. Haben wir geskillt. Ende letzter Folge. Guck mal, hier schlafen wir. Sowas würde ich auch mal gerne setzen, ja? Das wären dann die neuen Wohnsiedlungen, die ich setze. Dann wohnen die alle nur noch in so Wagen. Und wenn die scheiße sind, mache ich die Klappe zu. Und fahre sie zu Kippel. Guck mal, hier kann man auch rein. Das ist ein anderer Eingang, glaube ich. Sperretür. Wir gucken mal. Wir gehen da mal rein. So, mal gucken, wie er sich schlägt. In der Fabrik der Roboter. Öffne dich. Das wär's. Das wär's. Gut. Müsste nicht viel. Nur Munition, Kryomine. Wir haben Granaten. Plasmaminen. Und Minen kann ich nicht, einfach nicht effektiv einsetzen irgendwie. Ich müsste die mal in Siedlungen, in Umsiedlungen platzieren. Oder in Arenen. Wenn ich mal eine Arena habe, können wir noch mehr Tote. Gehen wir hoch? Nein. Wir gehen hier rein. Abspeichern. Und los geht's. Mal gucken, wer sie getötet hat. Ich vermute mal Gunner. Oder Sins. Eins von beiden. Gunner oder Sins. Oder vielleicht sind's Rust Devils. Was aber nicht... Nee, kann nicht sein. Die sind alle immer noch tot. Guck mal. Guck mal her hier. Immer noch tot. Natürlich immer noch. Aber ich meine, auch hier drinnen. Ich dachte, jetzt haben wir ja Gegner mal. Oh, warte. Ist das ein Computer? Hä, was klack ich denn jetzt? Ich glaube, das Ding unter dem Computer. Der Munitionsbehälter. Munitionsbehälter. So. Geschafft. Geschafft. Brauche ich nicht. Tömmel. Was kann man mit dir machen? Importe, Exporte. Bla, 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 bla. Langweilig. Langweilig. Keine Knöpfe, die ich drücken kann. So. Nein. Guck mal, da ist ein Loch. Das ist ein Fahrstuhl. Oh. Eine geile Fabrik. Das ist doch keine Fischverarbeitung. Es sei denn, da unten ist ein Hafen. Oder sowas. Cool. Cool. So. Okay. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Keramik ist immer gut. Stim Pack. Da ist das Computer. Da ist Boston Bugle. Terminal. Boston Blue Abgase. Was ist los? Boston Blue. 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 Das sind noch mehr Tote. Wir gehen erstmal hier oben gucken. Der blöde Roboter kommt nicht mit. Aber ey, da war jetzt auch nicht so intelligent. Sunshine Teilungsgruppe wird angegriffen. Egal. Wird halt angegriffen. Ist mir egal. Kommen wir auch nach nach nochmal hin. Vergessen sich aber sowieso. Wie immer. Oh, ein Telefon. Das ist gut. Da ist er wieder. Boom, boom, boom. Wir könnten auch so ein Protektron mal, äh, äh, die Füße von, ähm, von dem Ding ins Geben. Müssen wir mal gucken. Oh, da kann man aufs Dach. Schotpatronen. Oh, hä 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 hä. Ah, Dosen. Hä 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 hä. Hat der funktioniert. Sehr gut. Hat funktioniert. So, Dosen. Dosen sind immer gut. Schlagringe. Zwei Stück. Warum hat die zwei? Okay. Das machen wir weg. Sprengstoff. Oh Mann, ich hab ein bisschen Angst. So, was haben wir denn noch hier? Licht. Noch mehr Tote. Doppelläufig. Oh, das ist eine Mine. Guck mal. Oh, die war sogar scharf. Ist da jemand anwesend? Oh. Sins. Sind die jetzt gerade reingekommen? Ja, die sind reingekommen. Schon wieder. Eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ja, Sins oder Gunner? Es sind Sins. Die sind unten. Die sind unten. Nicht oben. Die sind unten. Warum verstecken sie sich? Komm, da haben wir noch vier Schuss für unser Gewehr. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Wir gucken mal. Oh je. Oh je. Guck mal, das ist echt tief. Oh je, guck mal. Okay, komm, wir gucken hier nochmal gerade, ob ich hier fertig bin. Ach egal, wir können ja immer noch gucken. So, wir fahren los. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Komm ich hier drauf. Hier drüben. Komm jetzt hier drauf. Komm jetzt hier drauf. Komm jetzt hier drauf. Okay. Komm mal her. Fick dich. Du warst doch gerade schon hier. Kannst du mich mal. Oh, die Dose nimmt noch mit. Oh, warte auf mich. Okay. Ich komm bis Sins. Ich bin ganz lieb. Oh. Hallo. Bin der liebe kleine Aldemar. So, oh guck mal. Köpfchen verloren. Mitnehmen. Okay, dann töten wir die mal. Die sind schon wieder weg. Die waren noch unten. Egal, loot mir. Essensdose. Fischverarbeitung. Fischverarbeitung. Warum ist das dann so tief? Verstehe ich nicht. Ach, verdammt nochmal. Ich will doch nur ein paar Medikamente haben. Das wär's. Das wär's. Sehr gut. Okay. So. So, was haben wir hier noch? Okay, das ist zugekettet. Wir müssen sowieso hier lang, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ist hier so... Ach, da unten sind sie schon. Guck mal. Oh, wie süß. Wo wollen die denn hin? Komm zurück. Oh, da oben auch. Daneben, daneben. Nein. Das Institut existiert nicht mehr. Ach. Tos. Nur tote Sins sind gute Sins. Hörra, da bin ich. Hier, Bällchen. Volle Deckung. Verdammt nochmal. Was ist denn da los? Funktioniert einfach nicht mehr so gut, wie es sonst immer funktioniert hatte. Oh, der ist am Kämpfen. Aber wo? Äh. Da oben. Die sind oben am Kämpfen. Oh, oh. Ich ahne Schreckliches. Tatsächlich, guck mal. Er hat sie einfach alle getötet. Dein Ziel ist verschwunden? Ja. Ja, keine Ahnung. Tatsächlich, die waren hier oben. Guck mal, die sind hier runtergekommen. So, kommst du jetzt mit runter? Ja? Ich wäre sehr, äh, erfreut, wenn du das tun könntest. Oh, Mann. Roboter. Ja, aber guck mal, die Falle zeigen da unten. Also müssen die hier sein. So, wir gehen weiter. Ja, danke. Aber warum? Ich frage einfach mal nicht, was das war. Wahrscheinlich war das Test 1, 2, 3. Da unten ist doch einer. Komm, wir haben ein Freund. Und schon wieder nachladen. Wo bist du? Bist du unter mir? Ist aber nicht nett. Arsch. Looten. Oh, da ist noch einer. Ah, 5 Stück davon. Ist aber kein guter Tausch. Munition gibt es echt zu wenig. Scheiße. Ich muss eine andere Waffe nehmen. Guck mal, die haben gar keine Synth-Waffen dabei. Komm, ich lege jetzt mal diese ganze Synth-Scheiße ab. Brauche ich sowieso nicht. Niemals. Hüste zum Verkaufen. Das ist ein Kack. Kann da runterrollen. Die Müllrutsche. Hatte ich mal in Fallout 3. Die Müllrutsche. Ach, war das toll. So, weiter. Ich komme auch gar nicht vorwärts hier. Ja, ja. Ich will jetzt erstmal hier gucken. Oh, ein Bunsenbrenner. Okay, machen wir das mal auf. Oh, schön. Die Fischkammer. Nicht die Waffenkammer. Da sind seltene Fische drin. Bewaffnete Fische. Ah, geht doch. Der Schei. Nein, Munition tatsächlich. Hätte das gedacht. Ein Fallout-Spiel, was ich in Amerika spielen würde. Wäre äußerst langweilig. Wie in Deutschland. Gibt's nur Jagd, wäre wenn überhaupt. Da, Schlüssel zur Makra-Anlage. Sehr gut. Makra. Makra. Wir haben noch nicht alles gelootet. Ich habe wieder einiges übersehen. Wasen. Wasen. So. Okay. Hier lang, ne? Oder kam ich hier? Ah, guck mal. Oh, wie süß. Guck mal. Noch ein Zins. Stürb, 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 Stürb doch, Stürb. Ah, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Ich brauche. Ah. Ich muss mal Red Away nehmen. Man kann nie genug da. Ah, das gibt's doch nicht. Das Scharfschützengewehr vielleicht mal benutzen. Nein, das will ich nicht benutzen. Oh, was ist das denn? Was habe ich denn hier? You must have a problem. YOLO! Oh Gott, was ist... Oh Gott. Hier ist keine Deckung. Ich brauche Deckung. Ich brauche Deckung. Okay, alles klar. Wir haben Deckung. Oh, Gott sei Dank. Testline 230 ist wieder da. Woo! Da, 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 da. Oh, Gott sei Dank. Just in time. Da, guck mal. Ach so, die Banane. Sieht schon ziemlich scheiße aus. Er brennt. Er hat sich selbst an... Also, das ist quasi ein Flammenwerfer, der Flammen schießt. Das sind keine Menschen, das sind Sins. Guck mal, er hat keinen Arm mehr. Der Arm ist kaputt gegangen. Oh, egal. Der war sowieso scheiße. Wir geben auf jeden Fall eine Nahkampfwaffe. Passionszelle. Sehr gut. Okay. Da ist die Kette. Okay, da ist die letzte Kiste. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. 100%ig. Zu wie immer. Das passiert mir andauernd. So, wir sind sowieso noch nicht fertig. So, wir gehen wieder runter. Gucken wir mal zu dem Terminal da. Gucken wir mal, was da so drin ist. Terminal. Ich glaube, es ist auch wieder nur ein Lock. Ja. Nuka. Nuka. Nachricht gesendet. Jane, tut mir leid. Nuka wird nichts. Ja, du sagst du... Right away. Ich habe da eine leere Nuka-Flasche, glaube ich, gerade eingesammelt. Kampfflinze. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Warum sammle ich die auf? So, da haben wir Nuka-Cola. Hier ist noch mehr Nuka-Cola-Flasche. Sind die leer? Nee, die sind voll, glaube ich. Nee, die waren leer. Ach ja, es gibt nichts Schlimmeres. Oh, da geht es weiter. Da kommen wir aber nicht hin, oder? Doch, hier lang. Oh, guck mal. Oh, dann weiter. Werkzeuge müssen wir auch nochmal wegbringen. Guck mal, hier ist schon wieder ein tauchteter Raider. Ah, guck mal. Ein Protektron. Ah, wieder was zum Öffnen. Oh ja. Öffne dich. Für mich. Scheiße. Auf, auf, auf. Cool. 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 So, hier noch Tassen. Terminal entsperren. Ah, 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 ah. Für den Protektron wahrscheinlich. Machen wir den mal an. Bin durch. Wo ich meinen eigenen habe. Dann knallen wir den ab und nehmen die Teile. Aktivierung. Protektron. Zu. Das macht aber auch Spaß. Dieser ist immer schön in Einzelteile zerfallen. Scheiße. So, schön, oder? Okay. So. Oh mein Gott. Guck mal. Tabletten. Oh, das meintet ihr mit viel, äh, Aluminium. Guck mal. Alter. Oh mein Gott. Nächste Folge bauen wir wieder Roboter. Auf jeden Fall. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Das war es schon. Scheiße. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Sehr gut. Sehr gut. Sehr. Oh. Alter. Ist da wirklich Aluminium drin? Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Meine schönen. Oh, hier ist Munition. Aluminium Reichtum. Ich dachte immer, ihr meintet die andere Fischfabrik. Diese, äh, wo ich schon drin war. Es gibt ja zwei. Diese Konservenfabrik. Das gibt's doch nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt geht's. Ja. 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 Scheißpatronen. Toll. Oh, guck mal hier. Tabletten, Tabletten, Tabletten. Tabletts. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oh. Hm. Jetzt hier ist nichts. Kann doch nicht alles gewesen sein. Das war's schon. Ich will mehr. Hier sind wieder Fische. Tote Sins. Ach, hier hab ich die Granaten geworfen. Aber ich hier unten lange gar nicht. Das gesehen. Äh, was ist das? Improperierer Pistole. Okay, wir gehen nochmal hier weiter gucken. Gehen nochmal zurück. Gehen mal hier hoch. Ne, hier ist auch nichts mehr. Komm mal her. Du musst Sachen schleppen. Wie viele haben wir denn aufgesammelt davon? Schrott. Wir sehen es jetzt. 17? Ne, kann nicht sein. Mehr. Das ist mal mehr als 17. 83. Aluminium. Ein Aluminium. Das sind 83 Aluminium. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gut. Das wäre so eine Stunde Arbeit oder so gewesen. Oder mehr. Gar nicht so schlecht. Wir haben 83 Aluminium. Das ist ein Roboter. Oder zwei. Oder drei. Oder vier vielleicht. Werde es rausfinden. Leute. Ich loot jetzt hier noch ein bisschen was leer. Ich gucke, ob ich noch was finde. Wenn es was Aufregendes sagt. Oh, warte mal. Warte mal. Bevor ich jetzt hier den Schlussstrich ziehe, ist hier noch irgendwas. Oh ja. Aber keine Zeitschrift, oder? Ich habe noch keine gefunden. Da. Ha. Ausgezeichnet. Energie über fünf Ursachen dauert 5% mehr kritischen Schaden. Doof. Mag ich sowieso nicht. Na gut, Leute. Na gut. Jetzt machen wir den Safe noch auf. Das noch. Ah. Auf Anhieb. Sehr gut. Okay. 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 Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich gehe jetzt zurück. Ich loot hier noch. Äh. Wir entrümpeln. Und dann gehen wir Roboter bauen. Mal gucken, wer alles seine Wünsche mir geschrieben hat. Und bis dahin, Leute. Haut rein. Und dann gehen wir rein. Bis zum nächsten Mal.